Jo Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Runde Puff, Assassin's Creed 3 Multiplayer, so heißt das Joa Joa, ähm Und jetzt, scheiße, hab ich ihn falsch ausgewählt, egal Ich bin hier mal den mit seinem dicken Hammer Du bist ja noch nicht drinnen grad in der Runde Hä? Du warst die ganze Zeit drinnen, oder? Ja, eigentlich schon Habt ihr jetzt noch ein paar mal eingeladen? Ja, ich hab, ich hab Okay Alter, das ist so ne Kacke mit dem Spiel hier Funktioniert ja ungefähr so gut wie... Ah, sehr schön Wir sind sogar noch pünktlich drin Was ist denn das für ein Scheiß? Sind wir jetzt in deinem Team? Ähm, nö, nö, das ist vielleicht schon ein ganz anderer Modus Ja, ja, klar, aber ich mein ja nur in einer Map hier Ach, sehr schön Ey, warum flackert denn das hier wieder so? Ich spiel noch gar nicht Echt Kracke, Leute So, jetzt Mal kurz die Aufnahme kontrollieren Hä? Jetzt hab ich ihn angeblich Aber wo denn? Willst du mich Willst du mich ficken? Willst du mich ficken? Hä? Hä? Utsa Sehr schön Eine sehr schweigsame Runde bisher Ach, du warst das Natürlich Aber du hast mich noch den Kill machen lassen Find ich gut Ja, na klar, ich wollte eigentlich nur noch mehr Punkte bekommen Aber okay Ich war nett natürlich Aber nett Ach, noch einer Ja Dann muss ich mal ganz kurz was sagen für die Aufnahme Und zwar, ähm Kann sein, dass eventuell manchmal ganz kurzzeitig, ähm Die Aufnahme kurz flackert Ähm Aber Das Spiel ist ja auch schon alt Ist das eine Ausrede? Weiß nicht Mh Bin ich mein Erster? Das ist ja Skandalös Hast du deine ganzen Kills jetzt inzwischen eigentlich inkognitur? Ja, der war grad inkognitur Fuck Scheiß drauf Ja, jetzt werde ich gemacht, oder? Irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl gerade Ja Alter, fick dich Fick dich Ich hatte keine Ahnung, wie ich mich wehren soll Na gut, ähm Hat jetzt niemand gesehen Schneid's auf der Map irgendwann? Nee Nee, ist grad neu, ne? Ja Meine ich nämlich auch Ähm Schweinshaxen und Knödel Geil Ah, guck mal wer da vorne rum hockt Alter, nice Ist noch ein einfacher Killer, aber Das sind Punkte Also ich krieg ja nur den Hey, du bist ja dritter und Spaß ist grad oben ganz knapp und du bist ja auch mal dabei Wow Wow Ey, das war ja nicht unbedingt böse Ey, hey, los Oh Mann, du bist ein Arsch, weißt du, ich wollte ihn, ich bin hier grad beim ranlaufen Ähm Eine Tunde bist du Ja, sorry Arrogantes Arschgeburtenkind Ähm Ohohohoho Na, Herr Range Ach, Mann, weißt du Ich bin trotzdem erster Ah, du bist unentschieden mit dem zweiten, das ist ja Wow Sag mal, was ganz Neues für dich, oder? Wie fühlt sich das denn so an? So weit oben mal mitspielen zu dürfen Ja, schon gut Schon gut, ja Ja, da kriegst du auch ein bisschen so, ein bisschen so eine Erektion, ne? Da steht das Lied schon so ein bisschen auf halb neun, ne? Hehehe Na? Eben am Boden gelegen Jetzt wie immer Ah, verdammt Ich hab's gewusst Naja, ich auch Hehehe 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 Oh, Mann, weißt du So ein Assi Ach, Mann, weißt du So ein Assi Ah, du bist jetzt nur, du bist jetzt noch ein Dritter Muss man wie ein Kill machen Mein Freund Oh, war ein Zivilist Entschuldigung Hä? Ich hab dort zuerst gedrückt Ganz, ganz klar Ganz, ganz klar Ganz, ganz klar Na, denn Ist ja klar, ne? Jetzt krieg ich den nochmal, ey Ich krieg's kotzen Reicht langsam Auftrag verloren Bin ich mein erster Ist ne schlechte Runde Lass mal noch ne Folge aufnehmen Neu aufnehmen Oh, ey, der hat mich auch immer, alter Der hat mich schon das fünfte Mal gekillt Hat der mich nur Alter, los, fick dich War jetzt nicht inkognito, aber muss reichen Na mein Freund Alles wird im Schritt Möchte mal wieder dich haben Ah Auf Kommando So muss laufen Och nein Als ob der da saß Och nein Alter Ich wollte dich doch gerade machen Tja Da war ein bisschen besser Nein, nein Ich wurde ja auch gekillt nebenbei Achso, okay Dann geht's ja Dann ist ja nicht mehr so schlimm Also die Schneeflocken Die lassen einfach alles so lägen Wie so ein Gelecktes Stück Scheiße Hä, warum können die mich betäuben Ich sie aber nicht Da gibt's ja irgendwie eine extra Tasse Fürs Betäuben Vielleicht Es kann ja eigentlich nur die hier sein Oder die Oder die andere Wollen wir uns vielleicht mal zum Testen treffen Nee, danke Schade Ah Als ob der will mich doch verarschen Der hat mich jetzt Och nein Nein, 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 nein Mano Das ist nur so eine stumme Runde Müssen wir uns mal nebenbei Witze vorlesen oder so Eine Challenge machen Warte mal, eine Idee für eine Challenge schafft Ja, sag mal, sag mal ein Thema, worüber wir reden Ähm Ähm Ungewollte Zeugung Bei Müttern über 80 Okay, okay Das knew das ja immer, das nehm wir Nehm wir, ja Das betrifft dich auch persönlich, ja, mit deiner Mami Ähm Sie sind zweiter Jetzt verstehe ich, wie man betäuben kann Wie denn? Also wenn du Du kannst dir sonst Sonst, äh, wenn du einen anderen Mitspieler siehst Mhm Dann zeigt der ja So nichts an Also dann kannst du die nicht töten Mhm Ja Aber wenn du einen Mitspieler siehst Den du nicht Der nicht oben auf deinem Bild ist Dann zeigt der trotzdem linke Maustaste an Und dann kannst du den Betäuben Okay Er muss natürlich wissen, dass es ein Mitspieler ist und kein Ähm Die will ist Kann ich Leute betäuben, die, ähm, mich gerade töten sollen? Ne, das geht nicht Das geht nicht Verbrechen Ja, klar Die, die dich gerade töten Sollen Wenn sie dich noch nicht getötet haben Welche Map nehmen wir diesmal? Ich wäre für die letzte New York Brauerei Ja Nehmen wir mal Ja Ja, stimmt Ja, stimmt Ja, aber ich hoffe Ich weiß nicht Wir müssen noch irgendwelche Themen ansprechen Oder so Witze vorlesen Na, Witze Ich weiß ja nicht Nicht jeder Witz kann gut an Und lachen kann ich auch nicht So Oh Überstimmt Level 14 bist du schon? Ich bin Level, ähm, 14 Wie man? Ich bin halt hier der, der Größte Boomser Hast du dich schon mal getarnt mit Kuh? Ja, ja, nee, mit Kuh nicht Aber ich benutze ja auch Control Hollow Achso Ja, achso Aber in der Aufnahme glaube ich noch nicht Na ja, mal machen Muss man machen Das ist voll cool Cool Aber wenn du siehst halt Wie sich jemand Wie sich jemand Tarnt Dann bringt es halt auch nichts mehr Ja, gut Du musst es halt nicht so in der Öffentlichkeit machen Aber Finden und töten sie die zugewiesenen Ziele Ohne von anderen Spielern getötet zu werden Du bist drin in der Runde, oder? Ja Denk schon So Hä? Mann, ich drück doch zuerst Was soll denn der Kack? Weißt du, normalerweise Wenn dich jemand angreift Der dich Der dich, ähm Der dich auf dem Radar hat Wenn du jemanden angreifst Der dich auf dem Radar hat Ja Dann tötet der dich doch automatisch, oder? Warum geht das nicht? Warum Warum funktioniert das nicht? Ich werde hier immer zu betäubt Von Leuten, die ich auf dem Radar habe Alter, jetzt töte ich irgendeinen verfickten Zivilisten Krieg's kotzen Und ich wurde schon wieder von dem betäubt Was ist denn das für ein Quatsch? Das hat ja überhaupt keinen Sinn Ehrenhafter Tod Hey, ich hab doch Ich hab doch Ey, du verstehst einfach nicht, das Spiel Ach, was? Na, klar, weil das ein Ziel ist Als ob das auch ein Zivilist war Ja, und du bist es denn natürlich, ja? Ach, zum Glück bist du Schlechtester und nicht ich Hm Fick dich Ich hab's auf dem letzten geschafft, das gibt's doch nicht Ich verstehe das mit diesem Konterneiber nicht Ich verstehe das nicht Oh Mann Ey, die Map ist einfach übel groß, Alter Na, ist er halt auch Ach was Ja, aber acht Spieler, Alter Das ist übel viel Ja, klar Natürlich wurde ich jetzt betäubt Ich verstehe das einfach nicht Ja, und der macht mich von hinten Ich verstehe das einfach nicht Wow, mein erster Kill Wow, du bist jetzt letzter nicht, ich Ich verstehe das einfach nicht Danke, danke Aber ich hab dich doch eigentlich betäubt, Alter Ja, ich verstehe es mit dem Betäuben halt überhaupt nicht Manchmal funktioniert es manchmal nicht Ich hab gewusst, dass du mich jetzt killen musst Das hat angezeigt Aber, hä? Verstehe ich nicht Naja Alter, Scheiße Ich hab gekontert Ohne Spaß Wie soll's gehen Ich find die einfach nicht Auftrag verloren Ah, jetzt ist er wieder oben Es ist so bitter Alles klar So bitter Ach nein, oder? Es gibt einfach keinen wirklichen Sinn für mich Das mit dem Betäuben Oder was Ey, das Gerät Ey, ich will mich doch verarschen, Alter Ja, klar Alter Ich schaff's nicht mal mehr auf den 6. wahrscheinlich Ich weiß nicht, ich weiß nicht Ah, mein Getränk wird kalt Ah, vorzüglich Geht doch Und Spaß Ich hab das gemacht, was ich machen soll Um, um den betäuben zu können Was passiert Das macht doch keinen Sinn Ach komm, das ist doch nicht wahr, Alter Mit so vielen Leuten macht das einfach keinen Spaß Und auch keinen Sinn Ich hab das Ding Zeig mir die ganze Zeit an Der ist oben Dann geh ich hoch Dann zeig dem einer Er ist unten Doch Ich hab dich betäubt Mein Freund Ja, mein Schwer hat gerade gebackt Ich bin gerade hochgerandet Dann war ein Cut Ist echt so Dann war ein Cut Zivilist getötet Los Noch ein Zivilist, ey Hier sind drei von denen Und ich erwisch genau die beiden Zivilisten Naja Ich geb mich da mal mit dem 7. zufrieden Alter Leck mich doch, ey Mein CPU ist überlastet Willst mich verarschen Ich hab ein i7 6700K Der ist nicht überlastet Alter, fick dich doch 640K 640MI Mann Der überlebende Am seltensten gestorben Mä 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 Ja Natürlich Damit ihr diese Qualen Nicht mehr länger ertragen müsst Euch sagen Hoffentlich hat euch Spaß Beim Zuschauen Und bis hier uns In der nächsten Folge Von Diesen Ungewöhnlichen Spiel Hier wieder Bis dann auch rein Tschü Tschüssi